Diese Sendung wird präsentiert von Bell. Mit Unterstützung von A. Vogelherber Mare. Mein Salz, mein Geschmack. Das härteste Kochduell der Schweiz. Zwei Jungköche treten im Beef Club gegeneinander an. Mit drei vorgeschriebenen Zutaten, welche sie erst zu Beginn des Kampfes erfahren, müssen sie in nur einer Stunde ein Menü kreieren. Fleisch spielt dabei die größte Rolle. Man soll das ganze Tier verwerten und nicht nur das Filet, sagt Bell-Fleischfachmann Yves Fugt. Die Punkterichter Andrin Willi, Chefredaktor des Marmit Magazin, Foodbloggerin Zoe Torinesi und Spitzenkoch Jackie Donuts beobachten jeden Schritt der beiden Kandidaten. Nur einer kann als Sieger des Abends hervorgehen. Aus dem Werkeisen Winterthur begrüssen wir euch zu einem weiteren Beef Club bei Fakt. Die Stimmung ist am Brotten und die zwei Giganten aus der Kochszene sind bereit, um sich selber zu übertreffen. Der Kämpfer in den Blaunägen gibt sich nicht nur mit einem Restaurant zufrieden, sondern er ist Küchenchef in gerade zwei Betriebe. In den Startlöchen steht der 29-jährige Karim Schumann! Ich bin ein Küchenchef in zwei Hotels, einmal im Winter im Waldhotel Davos und im Sommer im Fitznauer Hof. Ich bin unglaublich stolz darauf, letztens im Winter im Salz und Pfeffer auf der Coverstory gewesen zu sein. Ich gewinne heute, weil die Küche ist mein Zuhause. Sein Gegner will nicht nur mit seinem eigenen Restaurant Punkte sammeln, sondern auch bei diesem kulinarischen Kräftenmesser. In der roten Ecke tritt an, der 28-jährige Küchenchef Kevin Wüttrich! Ich bin in Berra Langmol, der Gastgeber und Küchenchef. Meine grössten Erfolge sind eigentlich, ich bin zweimal im Swiss Culinaric Club im Final gestanden. Ich bringe heute den Sieg ins Emital Heim, weil wir einfach geile Seiche sind und wir die besten Geschmack auf der Zunge haben. Das gibt einen Kampf auf dem höchsten Niveau. Bevor wir euch aufeinander loslassen, sind da eure Pflichtzutaten. Erste Zutat, Vulkanspargeln. Ach du Scheiße, noch nie in meinem Leben gesehen, noch nie verarbeitet. Zweite Zutat, Erdnüsse. Und über die dritte Zutat weiss unser Fleischfachmann, Yves Vogtme. Heute habe ich auch einen Metzger-Geheimtipp und eine unkonventionelle Innerei mitgebracht. Ein Bürgermeisterstück und ein Leber. Beides vom Schweizer Rind aus Mutterkuhhaltung. In der Schweiz sagt man zum Bürgermeisterstück auch ein weisse Stück und in Amerika drei Tipps. Es ist ein Muskelfleisch, das zwischen dem Rücken und dem Hinterbein liegt. Wie auch drin das Leber ist das Bürgermeisterstück ein sehr fettarmes Fleisch. Viel Erfolg bei der Zubereitung. Ja, da bringen wir schon etwas hin. Keine einfache Ausgangslage. Entweder ihr haut euch gegenseitig um oder die Punkterichter mit euren beiden Fleischgerichten. Das Duell dauert wie immer genau eine Stunde. Kämpfen mit harten Bandagen, aber kämpfen fair. Fein! Verzeih uns, was machst du, Kevin? Also ich nehme jetzt ein paar Stoßstücke. Ich denke, ich mache da ein bisschen ein Tuch, ein bisschen Seepfleisch und ein bisschen à la Rosebeef. Und die Leber habe ich gedacht, mit Erdnüssen und einem Sparglen passt gut für den Vorspeis, für irgendwie so leicht asiatisch angekauft. Die Idee ist, als Vorspeise machst du eine Kalbslebermausse mit ein bisschen orientalischem Erdnüssen. Wenn man zuerst gehört hat, dass es ein Lebermausse gibt, dann ist sein Anerkater drücken zu dir abgelaufen. Im Hauptgang dann ganz klassisch den Drachenspagel mit ein bisschen Roastbeef-Style, mit einer Sauce Hollandaise. Tüten, Tüten! Unter etwa mal heichen, dass mal drin ist. Tüten, Tüten, Tüten! Hast du es hungelt abzogen? Nein. Aber da ist sozusagen keine Haut dran. Ja, boll, hätt's dran. Ich würd auf den alten Mann hören. Jetzt gehst du einfach mit dem Finger da unten rein. Nicht spiessig sehen. Die Haut macht's erst sehr. Es braucht halt Gefühle. Wenn der Jacky kommt, oder der ist einfach im Olymp, der hörst du einfach zu. Du, Karin. Ja, bitte? Nimm die Haltweg von deinem Leben, gell? Mach ich jetzt. Es war ein guter Tipp. In dem Moment hat es mich gerade verwirrt. Ich hatte gar nicht vorgehabt, die Haut erstmal wegzunehmen, weil ich sowieso mitkoche. Ich glaub nicht, dass wir jemals so etwas zu essen bekommen. Herr Kevin, willst du ein Bier? Ja, ist gut. Der hat einfach seine Handbremse nicht gelöst. Der blötert nicht in der Küche links und rechts. Da passiert gar nichts. So, Achtung. Jetzt geht's. So, jetzt hat er aber den zweiten Gang rein. Ich habe noch nie mit einem Vulkanspargel gearbeitet. Catalonia. Kennst du nicht? Vulkanspargel kennt keiner. Auch wenn du sagst Catalonia und die Punterelle, dann kennt man das wieder. Das kennst du heute zu lange auch nicht, gell? Ja, jetzt haben wir das. Ich bin immer ein wenig hinterein. Catalonia, das ist eine Mischung zwischen dem Schickere und dem Spargel. Aussendran kann man wie einen Salat machen, Löwenzahnsalat. Und innen daran sehr fein und sehr an Spargel erinnernd. Karim ist die Ruhe in Person. Karim, den bringst du nicht aus der Ruhe. Ihr könnt euch vor den Herdnissen schälen. Komm, wir wecken euch hier. Komm, komm. Ich habe zwar gedacht, wir schälen die so, es würde wirklich schneller gehen. Gib Gas. Jawohl, Kevin. Jawohl. Da werken wir, wer der Küchenchef ist. Erdnuss ist eigentlich keine Nuss. Botanisch gesehen, es ist eine Hülsenfrucht. Und in der englischen Sprache sage ich es eigentlich besser Peanut, also Erbsen-Nuss. Das machen wir hier für den Hauptgang. Wir machen über eine Art ein Couscous. Eine Art ein Couscous. Dann mit Tatteln, Pini, Kerne und Honig. Gut. Ah, Hornstirup. Jetzt hat er Gelatine drauf. Er macht einen Lebermus mit der Gelatine. Ich habe das Gefühl, das Ding wird nie fest. Klingt das gut? Ja, das kommt schon fest. Ja, ich muss kurz Kalt stellen, ja. Wir entholt sie! Ich mache jetzt noch so eine Erdnussschaple dazu. Bauteile Gäste! Frau Gäste, Mann, ich zack. Ich schicke es so, wenn es ist, bevor es zu Hause wird. Die erste Runde vom Wüde! Als Vorspiel haben wir die Rindsleber, wir haben sie leicht asiatisch gemacht, nicht wie im Emmental, mit den schönen Spargelchen, Chili und Ingwer dazu. Viel Spass! Danke! Es ist nüchtern. Nüchtern? Gut gesagt, oder? Also ein besseres Leibolikang. Ich fand es cool, dass der Emmentaler Mann in die asiatische Richtung geht. Das war doch aussergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen, für eine gestandliche Schweizer Burst. Mh, also ... Du merkst, ich habe eine Hütte. Das fertige Gericht war ein Löffelgericht. Er hat alles miteinander gemischt. Eigentlich gefallen mir solche Gerichte, denn es ist alles in einem. Aber er hat schon sehr schludrig das Ganze dann nachher auf den Punkt gebracht. Das Seedfleisch ist eben da im Topf, also wenn man eigentlich aus einem Gemüse, das man normalerweise in einem Seedfleisch tut, eigentlich so wie ein kleines Salatli draus ziehen. Ich erwege ab dem. Der Karim macht einfach nichts. Ich weiss nicht, wann kommt denn da mal der erste Gang? Das ist mein Lieblingskartoff von den blauen. Sangala. Was machst du jetzt mit denen? Ich hole noch eine kleine Beilage für den Hauptgang einfach und dann geht es gleich los. Noch 15 Minuten! Kann ich nicht, bist du von Natur aus immer so ruhig? Ich habe beschlossen, solange einer redet, ist ja alles in Ordnung. Und er redet ja ziemlich viel. Und da passt das. Ich tue gerade noch ein kleines Stück Leber anbraten. Ich habe eine Leber, die muss in eine Rose sein und kurz gebraten und sofort servieren. Mit allem von Karim! Das ist meine Vorspeise. Mousse von der Rindsleber mit einem orientalischen Erdnuss, Rosinen, Schatteniersalat und Tranche von der gebratenen Leber. Viel Vergnügen! Ich finde, es sieht sehr schön aus. Es sieht sehr schön aus. Es ist modern. Ja, sehr schön. Super! Super! Das Mousse war eben so filigran und so gut, dass die Leber fast übertönt, aber nicht störend. Ja, also wirklich vom Ocklischen her sehr ansprechend. sehr gut interpretiert. Die Leber mit der Mousse von der Macht in dieser kurzen Zeit war hervorragend. Hey! 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 Zweiter Rund für den Vivel. Auf der linken Seite von euch haben wir ein Sip-Lays-Solat. Dazu haben wir einen Couscous gemacht, ein bisschen orientalisch. Ein paar Storstücke haben wir noch schön mit Speck geportiert, damit es schöne Krusten hat. Dann aufgeschnitten und dazu mit ein paar frischen Apfelchen. Viel Vergnügen! Dankeschön! Ich finde es cool, dass seine Hauptspeister wieder spiegeln würde. Das Brachiale, so richtig Männliche. Ich finde, man sieht total, dass ein Mann das angerichtet hat. Und dann noch ein bisschen mehr Salz an, ein bisschen mehr gepifft. Was? Das? Mit dem Speck ist es super. Es war perfekt in dem Sinne, aber jetzt kommt es ab. Du kannst in der kurzen Zeit keine Sipfas machen. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Es ist die Frasse von Corinne. Ja, der Hauptgang, das wunderbare Schweizer Bürgermeisterstück. Dazu gibt es den Trachenspargel mit ein bisschen St. Galler Kartoffeln und Sauce Hollandaise. Danke. Er macht so schöne Teller und dann hat es noch Spritzen drauf. Ich finde, die müssen unbedingt. Das ist vom Transport her. Total klassisch kommt der mit einem lang geschnittenen Stück vom Fleisch mit einer Hollandaise mit dem Gemüse drin. Sehr schön angerichtet. Ich habe gedacht, what? Aber sonst finde ich es sehr schön gemacht. Auch ein Trend momentan, farbiges Gemüse. Hollandaise, Jackie, was sagst du zu dem? Das Farbenspiel auf dem Teller hat mir sehr, sehr gut gefallen. Allgemein auch der Teller sehr schön gewählt. Dann die gelben Kleckse von der Sauce Hollandaise. Ich weiss, ich bin ein Mützli, aber er hätte es noch etwas mehr dazwischen putzen können. Karim, Kevin, vielen herzlichen Dank für eure Kocheinlagen. Ich hatte grosse Freude. Kevin, du hast die Zeiten im Griff gehabt, hat es mich gedunkt. Du hast sehr schnell die Vorspeisse bringen können. Sortierte Rindsleberen, perfekt. Asiatisch wunderbar dorthin gebracht. Ein Gericht, das man am liebsten mit dem Löffel essen würde, hat mir gut gefallen. Kevin, was ist bei dir? Ein bisschen schaue die Läber jetzt hier nach. So, da gibt es eine gewisse Zehe, die kommt. Die Läber alle Mütze machen und dann gleich auf den Teller tun. Es war sehr gut. Bei dir, Karim, ein ganz einfacher Teller, aber nachher wie es angerichtet war, und auch mit verschiedenen Konsistenzen. Das finde ich sehr schön auszusehen. Was ein wenig schade war, ist der angelaufenen Teller. Aber das war der einzige Bärmuts-Tropfen. Karim, das Rindsleberen-Muss, das du gemacht hast, war subtil. Wir hatten da drin sehr viele verschiedene spannende Gewürze, die man nicht erwarten würde. Kompliment, sehr gut. Kevin ist ein Südpfleisch-Salat, der Essung und Öldrein auf das Blatt macht. Wenn ich eine sause Karbisplatte genommen hätte, hätte ich schon da hinten. Dann hätte das noch einen Effekt gegeben. Und dann hätte das funktioniert. Ich bin auch jemand, der den Geschmack im Vordergrund stellt. Das muss nicht immer schischi sein. Trotzdem dann auf einem Baumstamm servieren. Das geht für mich jetzt im Hauptgang fast ein bisschen zu weit. Kevin, bei dir merkt man halt wirklich, dass so ein richtiger Mann in der Woche steht. Ich finde, die Präsentation auf dem Baumstamm hat durchaus seine Berechtigung. Wenn es z.B. bei so einem Thema oben ist und du hast ja gesagt, eben so ein bisschen Emmetal, Rustikal, finde ich, das dürfte durchaus mal sein. Karim, der Hauptgang, sehr schöner Teller, mega feines Fleisch. Und auch wenn man alles zusammen gegessen hat. Ein wunderbarer Geschmack. Die Spargel, die sind ein bisschen kräftig salzig gewesen. Aber es ist richtig, richtig fein. Du hast für mich etwas gezeigt, wo es sehr viel Qualität hat. Im Hauptgang mit der Sauce Hollandaise. Wirklich sehr gut glücklich. Also liebe Kollegen. Danke vielmals. Ich muss ein Kompliment machen. Es war hervorragend. Danke vielmals. Es wird ein enges Rennen. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Liebe Punktankerichter, ich brauche eure Entscheidung. Der Gewinner des heutigen Beef Club, Beef Fight, kommt aus der blauen Ecke Karim Schuma! Yeah, ich hab gewonnen, unfassbar! Nächste Woche im Beef Club. Das gefällt mir jetzt gar nicht, der Umgang. Mach mit beim Beef Club Wettbewerb und gewinne einen Beef Gutschein von Bell im Wert von 500 Franken. Um welche Fleischsorte handelt es sich bei einer Rindsleber? A. Innerei, B. Wurstware. Sende eine SMS mit dem Kennwort Beef A oder Beef B und deine Adresse an die Zielnummer 920. Eine E-Mail an beefclub.ch oder ruf uns an unter 0901 560061. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde präsentiert von Bell. Mit Unterstützung von A. Vogelherber Mare. Mein Salz, mein Geschmack. Das Tem declassiert ist, die Opposition auszun 거의 bei meinen Vergleichen. Anruf ca fests 2000 re всю. Anruf! Anruf.